Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miss Survival. Ne, Quatsch, Miss Survival. Äh, naja, gut. Laut... Ähm, ja, wie heißt das? Moment, eh, ich komm grad nicht drauf. Laut Shadowplay-Aufnahmeliste heißt das Miss Survival. Aber willkommen zu Miss. So, es ist Nacht. Und ich überleg grad, wir wollten Munition, glaub ich, machen, richtig? Äh, ich brauch einfach mal was zu trinken. Dringendst, aber erstmal kurz was essen. 90. Eat. Und eat. Hier ist ja genug Salz dran, ne? Also hat jetzt richtig Hunger. Äh, Dorst. Äh, Gott. Obwohl es gar nicht so lange her ist. Lustigerweise. Ich wollte aber gestern auch nochmal spielen, aber ich hab das irgendwie komplett... Ich weiß es nicht. Ich hab das irgendwie vergessen. Wie das passieren konnte, kann ich leider auch nicht sagen. Und... Ja, gut. Leben geht hoch. Achso, äh... Ja, Quatsch, ich kennste. Ah, na, wohl doch, doch. Ja, wie schlafen wir bis sieben? Äh, müsste hätten wir doch bis sechs machen. Tschado. Aber dafür ist mein Leben weiter oben. Ist ja auch nicht schlecht. Gut. So, wie gesagt, wir wollten Munition bauen. Oder herstellen. Nicht bauen. Mit der drei. So, das soll ja auch mal weg. Oh. Ich bin immer noch erkältet, ja. Bei Hausflippers gibt's momentan erstmal ne Pause. Obwohl... Ich hatte eigentlich noch ne andere Idee. Ich glaub, die mach ich auch. Das seht ihr ja dann. Oh, guck mal. Level zwei. Ah, Militär-Tools brauchen wir dafür ganz schön viel. Ja, von haben wir schon ein paar... Genau, Arsch. Genau, Schießpulver wollten wir herstellen. Ich glaube, das hat aber so ewig lange gedauert. Ich überleg nur grad, wie war das? Genau, Salpetersäure und Sulfur. Genau. Wir müssen auch mal in die Mine. Das war auch nochmal ganz wichtig. Ist jetzt schwer zu sagen, nehmen wir das hier mit. Weil das brauchen wir ja an sich. Weil dann, wenn die... Wenn Nebel kommt, ins Auto... ...setzt so ein Dach, geht ja auch nicht. Scheiße. So, ich würd hier gerne mal noch mal einen Schrank hinbauen. Hier paier ich mal einen roten hin. Dreh. Okay. Alles klar. Zwei, vier, vier. Vier. Kann ich jetzt schon mal... Oh, okay. Vier. Vier. Baue ich auch gleich weiter... Äh, stelle ich gleich weiter nach hinten auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Perfekt. So, kann man nicht einfach so rüber... ...switchen oder droppen. Es kommt raus. Das sind alles wichtige Sachen für hier. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Und... So. 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 Gut. Ups. Spitzhacke darf ich nicht vergessen. Ah, liegt da auch noch was drin? Nö. Eine Spiehaar. Also, und können wir uns fast frei bewegen, soweit ich das jetzt noch weiß. Ähm. Doch, wie ich hinkomme, weiß ich jetzt auch wieder. Ich habe gerade überlegt. Alles gut eigentlich. Alles super. Habe ich irgendwas... Essen und trinken. Ganz wichtig mitnehmen. Ja, wir wissen warum. Das war nie wirklich lustig. Trinken habe ich. Essen. Ich mache es mal so. Ja, ja. Ich habe die Spitzhacke vergessen. Äh. Die tatsächlich muss ich suchen. Okay. Spitzhacke. Deine Spitzhacke gab es doch, oder? Ich will nichts hören. Schreibt jetzt ja nichts in die Kommentare. Drive. So. Gut. Oh Gott. Ich gucke immer zu spät auf mein Mikrofon, ob das an ist. Oh. Und, ach ja. Die letzten zwei Folgen waren komischerweise in HD plus. Ne, in HD sogar nur. 720p. Warum, weiß ich leider nicht. Da gab es irgendeinen Fehler von Shadowplay. Ich habe extra gerade vier Aufnahmen ausprobiert. Also kurze halt von 10 bis 15 Sekunden, je nachdem. Oder halt 1, 2 Sekunden auch. Und geguckt, ob das jetzt wieder mit 720p ist. Also in den Testaufnahmen, in diesen vier Stück, war alles perfekt. Mehr kann ich nicht sagen. So. So, ehe ich hier durchfahre, will ich auf jeden Fall speichern, weil ich bin hier schon ganz oft so leicht durch die Gegend geflogen. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon in Videos zu sehen war. Ich habe auch ab und zu mal nur so gespielt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ah, die Grafik, hoffentlich machen sie noch schöner vom Auto. Ich bin ja sehr froh, dass die das Auto trotzdem schon überarbeitet haben. Falls ihr euch an das rote Ding erinnern könnt. Ups, hupe, brems. Aus, raus. Sehr gut. Klick. Fünf, ne? Ja. Wir nehmen alles mit, natürlich Handsteine. Ach ja, nicht gedrückt halten. Äh, was haltet ihr denn von Sephorus? Wollt ihr Sephorus auch mal wieder sehen? Oder ist das eher so... Ach, naja. Ich weiß ja nicht, ob ihr da so ein paar Vorlieben habt. Würde ich dann gerne wissen. Auf jeden Fall. Zing, 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 zing. Ich brauche Gold. Momentan... Spielen wir sogar DZ ohne Ende. Am 13. Kommt, schräg schräg kam. Ich weiß nicht, wann das kommt, deswegen sage ich nur beides. Die offizielle Beta raus. Und... Da gibt es dann auch wahrscheinlich nochmal schön... Let's Plays. Weil wir haben uns jetzt in das Spiel reingefunden und... Ich persönlich finde, das macht doch Spaß. Damals habe ich davon nichts gehalten. Und habe mir so gedacht, äh, DZ. Damals hat das dann ein Kumpel von mir sehr viel gespielt. Doch jetzt hat das immer... Jetzt wurde es immer weniger. Doch jetzt habe ich damit mal ein bisschen angefangen und habe ihm gesagt, hier... Guck dir das mal an. Ich hätte da Lust drauf. Und ja, jetzt auch. Achso, ne. Das war schon die ganze Zeit. Hat dann nur halt perfekt geflaggert. Das Blut hier ist immer noch schwarz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier keine Zombies waren. Ich bin mir ziemlich sicher. Nicht absolut, aber... Ah, ne. Hier kann man, glaube ich, nicht lang, ne? Ne. Gut. Ich bin sehr froh, dass hier unten nicht der Nebel normal ist, weil... Oh, katastrophisch. Ich war das erste Mal hier und dachte, das wäre so normal. Hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst, dass hier es richtig abgeht. Okay, hier sind wieder zwei übereinander oder ineinander. Kupfer, Copper und Iron. Äh... Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht zu dunkel. Für mich aber. Ich habe auch überlegt, meinen Livestream jetzt endlich zu machen, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Aber diesmal dann wirklich. Das war vielleicht sogar von Fallout. Weil Fallout-Spiel war... Haben wir jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt. Und jetzt so langsam hätte ich mir so gedacht... Ach, wieso eigentlich nicht so? Können wir ja mal machen. Ich weiß, das sage ich jetzt schon die ganze Zeit. Aber... Es hat sich halt nie so ergeben, dass wir das dann auch wirklich durchgezogen haben. Weil ich mir immer so gedacht habe... Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach. Ich hätte doch schon Lust drauf. Auf jeden Fall. Meine Internetleitung kann es auf jeden Fall. Ich habe im Upload... Äh... Vier... Nee. Doch. Nee. Doch. 26, und... 1 Bit die Sekunde im Upload. Also ungefähr 4 bis 5 MB im Upload. Und das reicht sogar für UHD, aber halt in schlechterer Qualität. Ich glaube mit... Was haben die geschrieben? Maximal 14 Bit. How? Oh, ist da nicht mehr. Okay. Ich meine, es ist nicht schlecht. Absolut nicht. Aber ich werde mal gucken... Ob... Wie das alles überhaupt funktioniert. Ich habe hier... Ich weiß davon... Ich weiß davon nichts. Sag ich jetzt mal. So wie es leider ist. Ich habe einmal ausprobiert, so spaßeshalber, wie funktioniert das überhaupt über Steam. Dass Freunde mir es zugucken können. Da können mir Freunde jederzeit zugucken, was ich mache. Jederzeit jetzt auch in diesem Augenblick. Das steht dann oben rechts. Was aber nicht so der Fall ist, weil... Warum sollte jemand anders jemand anderen zugucken über Steam? Ohne zu sagen... Ja, guck mal zu! Und hat dann keinen... Meine Stimme hört er dann nicht. Nur halt das Spiel. Das ist dann, denke ich mal... Doch schon... Bisschen langweiliger. Ich weiß es nicht. Gold! Wichtige Ever! Ding! Jetzt ist gleich mein Auto geklaut. Ey, ich würde so ausrasten. Ey, war ja nicht gerade... Bisschen... Hä? Hä? Oh! Ja, bei Gold kann das ruhig so sein. Ich dachte, noch einer. Cool. So, gegen dieses große Monster. Ich glaube, das braucht man noch nicht ausprobieren. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Bis man da eine reelle Chance hat. Und wenn ihr abbauen wollt, tut einfach nicht einmal hier unten rennen. Dann habt ihr länger was davon, von der Höhle. Vom Abbauen, weil... Ja, ihr wisst das. Sanima ist hier wertvoller wie Gold. Vor allem, wenn du dann verfolgt wirst. Na gut, ich drücke eins und... Da, 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 da. Wir machen das alles nur für Munition. Ist auch heftig. Äh, vier, sechs, vier, fünf. Fünf. Dann hab ich gerade wieder sechs gedrückt. Hopsch. Und? Gibt mir immer so wenig raus. Naja, gut. Wenn ich jetzt so gucke, guck mal. Lächerlich, lächerlich. Achso, es ist auch noch das gleiche. Ha. Nein. Naja. Man hat... Es war ein bisschen lauter, sorry. Man hat kein Vogel gezwitscht. Aber ich glaub, das war hier unten normal. Ups. Wund ist ja geflogen. Soll wahrscheinlich so. Ah ja, jetzt hör ich das Schlagen auch besser. Schon fast. Überhaupt. Hey, Glenn. So. Ähm, wenn ein... Also, ihr braucht jetzt nicht so, so, weiß ich nicht. Meine 1-2-Zuschauer. Ihr braucht jetzt nicht drauf hoffen oder drauf warten, dass ein Livestream... Nein. Nein. Jawohl. Das Livestream kommt. Wenn, dann kündige ich das definitiv vorher an. Das auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Dass ich das, wenn dann vorher ankündigen werde, dass es da schon einen Tag oder so vorher steht. Oder zwei Tage von mir ist auch. Oder so früh, wie es geht. Und ja, das einzige Problem wird sein, dass wir das halt unglaublich spontan machen. Das heißt, jetzt könnte er noch schreiben und sagen, hier, lass mal doch, fuck, Fallout. Aber, ich glaube ja nicht. Und wenn mache ich das als Premiere? Nein. Na gut, das sieht man ja auch. Premiere ist ja kein Livestream. Was ist das denn hier mit dem Headset-Kabel? Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut. Äh, genau, Premiere, das sieht man ja. Wenn es eine Premiere ist, ist das nicht Livestream. Das ist nämlich was ganz anderes. Habe ich ja auch schon mal gemacht bei einem Fallout. Ich glaube, bei der ersten Beta-Folge von mir. So, haben die hier irgendwas eingefügt? Haben die hier irgendwas hingepackt? Oh, Kinalpicture bei Christina Morrison. Und eine Bellkatze. Okay. Kommen wir da hoch? Oh, Gold. Das wäre mir nochmal wichtig zu wissen, ob wir da hochkommen. Neh, neh, neh. Das bringt ja nichts. Leider. Ich glaube auch nicht, dass es ein Update gab. Ich werde mir auch nochmal Videos angucken. Habe ich vergessen. Wie man das Ding besiegt. So, ich glaube, jetzt werden hier noch keine wieder neu gesponsert. Darum renne ich jetzt. Ähm. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Chance, eine ganz leichte Chance sogar. Weil ich glaube, an dem habe ich sogar meine komplette Munition verballert gehabt. Das muss ja auch nicht sein. Und was ich noch gerne wissen wollen würde, ist, wie schnell kommen diese Steine wieder hier rein? Also, wie schnell die, ähm, respawnen die? Okay, nehm, da kommt er doch nicht rauf. Sonst hätte ich gedacht, ich kann da umlanglaufen. Oh Gott. Okay. Okay. Nein. Ich kann nicht rennen. Krass. Das gibt... Finde ich cool auf hier. Na, ob das ich jetzt nicht mehr rennen kann, ist natürlich nicht ganz so schön. Weiß lustig, dass es das gibt. Na gut, klar, wenn du falsch aufkommst, klar. Besser wie ein Beinbruch. Statt, dass er jetzt steht, äh, Bein gebrochen. Das wäre natürlich richtig. Gut. Ähm. Oh. Kälbchen, jetzt hör doch mal auf, wir haben einen Reißverschluss rumzunagen. So. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und abonniert mich und gebt da auch noch und schreibt den Kommentar, ob euch das Video gefallen hat. Tschüss.